Oh mein Gott, Freunde, es gibt einen neuen Bug, wie du sehr, sehr schnell über die ganze Welt fliegen kannst. Dafür musst du einfach nur hier diesen Dings hier rausholen und dann einfach muss jemand dich so tragen und dann einfach jumpen und let's go. Es hat einfach geklappt. Probiert's aus, lasst einen Like, der sehr, sehr nice ist es geworden und schaut mal, wie schnell es sich dreht.